Vielfach, liebe Schwestern und Brüder, kann man zu unserem Evangelium, das wir heute hörten, die Bemerkung lesen oder hören, Lukas habe übertrieben. Und er habe seinen eigenen Ansatz, die Auferstehung Jesu zu berichten, unterlaufen, indem er hier so konkret wird, dass die Jünger Jesus anfassen sollen und dass sie ihm etwas zu essen geben sollen. Dabei vergessen die Menschen, die dies bemerken, dass wir auch in anderen Evangelien, etwa im Johannesevangelium, denken wir nur an das Evangelium des kommenden Sonntags, wo es um den Apostel Thomas geht, wie er eingeladen wird, Christus anzufassen, ihn zu berühren und wie Jesus am See von Genezareth Mahl hält mit den Jüngern, wie er mit den Imausjüngern Mahl hielt. Und die Apostelgeschichte wird es wiederholen, in der uns Lukas aufschreibt, ja, er ist ihnen erschienen, sie haben ihn gesehen, er hat mit ihnen gesprochen und sie haben mit ihm gegessen. Das ist sozusagen der österliche Dreiklang. Das ist der Dreiklang, der zum Osterzeugnis gehört. Wir reduzieren heute das Christentum schnell auf, wir erhalten schöne Mahlzeiten. Das ist wichtig. An Ostern ist das wichtig. Wir sollen zusammenfinden, denn es ist eine Reminiscenz, eine Erinnerung an das, was Jesus mit den Aposteln tut und dass es zum Christentum gehört, Gemeinschaft zu bilden und in der Gemeinschaft zu wachsen, tiefer hinein zu wachsen. Aber nur das ist zu wenig, dass wir gut essen und trinken. Nur die Gemeinschaft, wir sind unter uns. Wir sind eben nie nur unter uns. Es ist der springende Punkt der Osterbotschaft, dass der Auferstandene da ist. Und alles muss sich nach ihm richten und nach ihm ausrichten. Dieses Wort für Zusammenessen ist ein spannendes Wort, liebe Schwestern und Brüder, das der Evangelist Lukas hier wählt. Synhalizomenos steht da. Das Wort hal oder wir kennen es im Lateinischen oder im Deutschen besser, das H wird durch ein S ersetzt. Sal. Salz. Sie haben mit ihm zusammen Salz gegessen, so heißt das wörtlich. Natürlich, wir hören es eben beim Stück Fisch, haben sie nicht nur Salz gegessen. Aber der Evangelist beabsichtigt damit etwas, genau uns davor zu bewahren, dass wir uns um ein Buffet versammeln und schon meinen, wir hätten als Christen gelebt. Wir essen mit Christus Salz. Das heißt, unsere Haltbarkeit als Christen, unsere Würze. Jesus spricht öfter vom Salz im Evangelium zu Lebzeiten. Erhalten wir von ihm allein. Von niemandem sonst. Und auch nach seiner Auferstehung, in einer neuen Existenz, der der Tod nichts mehr anhaben kann. In einer Existenz ganz von Gott her. In dieser, wenn wir so wollen, neuen Dimension des Lebens, zu der er uns ziehen will durch seine Nachfolge. Und durch die wir schon eingedrungen sind in der Taufe, durch die wir jedes Mal hineingehalten werden im Empfang der Eucharistie, werden wir gesalzen, wie es die alten Gebete sagen. Durch sein Wort, durch seine Gegenwart und durch unsere Gemeinschaft miteinander, wenn wir ihn zum Mittelpunkt machen. Das Salz von ihm zum Empfangen macht uns unverwechselbar als Christen und hält uns österlich frisch. Mein Name ist voll im Absatz. Wir haben immer einenradas Vertrehen. Und das ist eine Wettbewerber. Allzu, das ist ein Wettbewerber. Und das ist ein Wettbewerber. Und das ist ein Wettbewerber. Wir haben dann ein Wettbewerber. Vielen Dank.